Musik Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Wir haben in der letzten Folge endlich den grünen Schalter aktiviert und können uns jetzt... ja... in den Abgrund stürzen. Das wollte ich natürlich überhaupt nicht. Das ist gar nicht so einfach. Aber das ist kein Wunder, bei dieser komischen Kameraperspektive nehme ich halt den hier. Es sind ja genug da. Juppie! Und diese tolle Musik wieder. Und wir können auch gleich versuchen, die 100 Münzen einzusammeln. So, die wollte ich nämlich haben. Und die. Ich glaube, hier ist keine mehr hinterher versteckt, oder? Lieber mal nachgucken. Oh, doch. Wie gemein. Münzen, Münzen, Münzen! Aber die Strömung zieht uns von den Münzen hinfort. Aber die hier hole ich mir noch. So. Na komm, Kamera, sei gütig. Okay, dann nicht. Nehme ich nochmal den hier. Ich mag die Musik einfach. Sie macht mich fröhlich. So, und das alles jetzt... Ach, hier war auch noch eine. Hör auf. Ich glaub's ja nicht. Hier ist auch noch ein Stern, der dann dahin kommt. Das ist bestimmt der von den acht roten Münzen. Sechs davon haben wir ja jetzt, wenn ich mich nicht gerade verguckt hab. Und... Hier müsste ja noch eine sein. Zwei sogar. Die letzten beiden. Wer hätte gedacht, dass alle roten Münzen hier sind. Unfassbar. Gut, jetzt hat das mit den hundert Münzen für den Extra-Stern zwar noch nicht so ganz geklappt, aber... Das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Ach, da kommen wir doch so gar nicht ran. Ich bin ja auch sehr schlau, wie immer. Aber gleich kommen wir ran. Und wir dürfen dann nochmal die Musik genießen. Yippie! Also irgendwie hat das was. Ich glaub, das wird meine Lieblingsmütze. Natürlich ist es auch cool, unsichtbar zu sein. Oder durch die Lüfte zu fliegen. Aber das hier... Es hat was. Yippie! Warum auch immer ich jetzt die Metallpanzerung verloren hab dabei. Aber naja. Da wollen wir mal nicht so sein. Wieso steht da jetzt ein geheimer Stern des Schlosses? Das war doch, finde ich, die acht gute Münzen, oder nicht? Das irritiert mich jetzt schon wieder. So, da wir jetzt die Tarnkappe haben, würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal ins, äh... Ich glaub, dritte Level zurück. Ich glaub, das war das dritte. Also auf jeden Fall in das Unterwasser-Level. Weil da fehlt uns ja noch ein Stern. Ich kann ja nochmal eben nachgucken. Hier war das, genau. Das dritte. Da fehlt uns noch der sechste Stern. Und dafür brauchten wir die Metallkappe. Und jetzt haben wir sie ja endlich. Also, ab dafür. Wir dürfen ja keinen Stern übersehen hier. Das wäre ja ganz fatal. Das geht natürlich gar nicht. Ich muss es nochmal eben nochmal finden, wo das war. Nein, da war es nicht. So, aber... Hier war es. Coole Sache. Ich hoffe, das können wir jetzt relativ schnell hin. Dürfte aber nicht so schwer sein eigentlich. Aber gucken wir mal. Ich, ähm... Sag lieber gar nichts, sonst wird es nämlich wieder super schwer. Ah, diese schöne, ruhige Musik. Das waren noch Zeiten. Und wir werden sie jetzt zerstören. Auf geht's. Ich hoffe, das reicht bis da hinten. Oh Gott. So sonderlich schnell kommt man hier nämlich nicht gerade voran. Nein. Das reicht doch niemals. Oh Gott, der Zitterrand schon wieder. Ja, war ja klar, dass es nicht so einfach wird irgendwie. Wäre auch zu schön gewesen. Ich frage, ist es hier irgendwo noch so ein grüner Block? Ach, Mario. Nein. Wie wär's damit? Ja, tatsächlich. Hier ist noch einer. Sehr gut. Ich weiß zwar dann ehrlich gesagt nicht genau, was die Kappa am Anfang bringen soll. Aber egal. Nehmen wir jetzt die hier. Die ist doch super. Oh, tut mir leid. Ich bin gegen das Mikro gekommen. So. Jetzt bloß nicht vom Aal töten lassen dann. Das wär nicht witzig. Uah. Nein. Ich glaub, wir müssen öfter springen. Wir haben ein bisschen... Es war so klar. Wir haben ein bisschen rumgeeiert. Das muss besser laufen. Aber es sollte eigentlich mit dem Stern... Äh, mit der Kappe da oben schaffbar sein. Es würde mich wundern, wenn nicht. So. Und nochmal. Wie würden die beleuchteten Brüder jetzt sagen? Auf geht die Hatz. Juppie. Juppie. Hm. So. Dann landen wir nämlich schon mal fast da. Schweb. Ja, ich glaub, das war gar nicht so schlecht. So. Und, und, und. Komm schon. Komm schon. Ja. Endlich haben wir ihn. Und damit haben wir auch in dieser Welt alle sechs Sterne. Plus Bonus-Sterne. Puh. Sehr gut. Wieder ein Stern mehr. 42 haben wir jetzt immerhin schon. Mühsam ernährt ich das Eichhörnchen. Aber es geht langsam voran. Ja. So, dann können wir jetzt wieder zu Giftgrotte wuseln. Und da müssten wir eigentlich ja erstmal die hunderten Münzen einsammeln. Es war jetzt schade, dass wir das jetzt nicht mehr kombinieren können mit den acht roten Münzen, da wir die ja jetzt schon haben. Aber naja, ist ja nicht so schlimm eigentlich. Vielleicht können wir es dann mit der nächsten Aufgabe kombinieren. Da werde ich wahrscheinlich sowieso wieder zu doof sein, die zu bewerkstelligen. Gucken, welche das ist. Ouch. Auch gemein, dass die Türen jetzt gar keine Nummerierung mehr haben. So, was haben wir hier? Dann war es doch ein geheimer Stern. Wir hatten die acht roten Münzen, aber wo ist denn der Stern davon hingekommen? Ich dachte, das wäre der da unten gewesen. Nein. Okay, dann können wir die hundert Münzen doch wieder mit den acht roten Münzen kombinieren. Na, dann kommen wir her, kleiner Freund. Oder auch nicht. Mist. Wie ärgerlich. Nein. 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 Boah. Das war knapp. Ich wollte eigentlich den hier machen. Puh. Da ist übrigens ein Herz, wo wir uns dran aufladen können. Das ist auch mal gut. Und ansonsten die Fledermaus. Die gibt doch bestimmt auch Münzen. Komm her, Spinny. Ach, Spinny. Nicht so. So. Genau. Es war wieder so klar. Puh. Jetzt sind wir gleich schon wieder tot. Das ist nicht gut. So. Gerade noch gerettet. Hey, das ist nicht wahr. Mann, Mann, Mann. So. Was war hier nochmal drin? Ein Leben. Und ich nehme es die ganze Zeit nicht mit. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. So. 19 Münzen haben wir erst. Ja. Es tut mir leid. Das musste gerade sein. So. Es tut mir ganz wahnsinnig leid. Und ich musste die Aufnahme mal eben kurz unterbrechen. Weil der Hustenanfall doch noch etwas stärker wurde. Und ich habe leider keine Möglichkeit, mein Mikro stumm zu schalten. Deswegen muss ich die Aufnahme dann immer unterbrechen. So. Dann geht es nochmal zu Nessie. Mal wieder. Zum hunderttausendsten Mal. Und sie erwartet uns diesmal nicht hier. Ach, da ist sie. Sehr gut. Ja, nun bleib mal hier, Nessie. Weil ich muss da hinten sowieso hin. Warte. Quietsch. So, kriegen wir sie hier noch rumgelenkt? Ja. Warte, Nessie. Nicht so schnell. Hier muss ich hin. Dankeschön. Nein. Ah, schade. Aber sie wartet hier, oder? Nee. Jetzt haut sie wieder ab. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ist auch gar nicht so einfach, sie hier zu lenken. Weil wir immer halb vom Kopf runterfallen, wenn wir uns bewegen. Ach, hier waren wir doch noch gar nicht richtig. Verdammt. So. Jetzt aber. Vielen Dank, Nessie. So, wenn ich mich richtig erinnere, waren alle acht roten Münzen ja hier hinten. Also, hier drin. Aber gucken wir mal nach. So, geh mal kaputt, du. Ich brauch deine Münzen. Jede einzelne Münze zählt. Was ist eigentlich auf der Seite? Ach, ja. Ach, ja. Ein Leben. Ein Leben ist auch immer sehr schön. Ach, ja. Scheiße. Nein. 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 Ich will da nicht rein. Ich will da wirklich nicht rein. Ja. Das war jetzt nicht so intelligent und es lohnt sich auch nicht wirklich für ein Leben. Es tut mir leid, ich habe jetzt natürlich keine Zwischenspeicherung gemacht und muss den ganzen Weg nochmal hergehen. Weil es ja so viel Spaß macht und weil die Wege in Mario ja überhaupt nicht lang sind. Deswegen macht das ja alles überhaupt gar nichts. Nein. Naja, mal gucken. Vielleicht mache ich die Folge dann ein bisschen länger. Weil ich ja mal diese ganzen Wege laufen muss und das ist ja doof. Das geht ja dann von der Spielzeit irgendwie ab. Ja. So. Und hier durch. Ach ja. Zack. Und jetzt dürfen wir natürlich auch die normalen Münzen wieder von vorne sammeln. Alle weg. Leider wieder alle bei null. Oh. Kann auch aufspringen. Nein. Wo ist die dritte Münze? Wo ist sie denn hin? Ach da. Glück gehabt. So. Du holst mir jetzt auch deine Münzen. Bitte. Dankeschön. Aber leider ist eine, glaube ich, runtergefallen. Naja, was soll's. Es wird ja genug geben. Hoffe ich einfach mal. Nein. So. Ja, egal. Hauptsache wir wurden mal ausnahmsweise nicht von so einem scheiß Stein getroffen. Und wir werden uns jetzt hier natürlich noch das zehnte Leben holen. Na, komm her, kleines Liegen. So, die Plattform ist schon fast weg. Oh, Gott. Autsch. Das tut mir jetzt leid, Mario. Aber es ging nicht anders. Glück gehabt, warum uns das jetzt komplett geheilt hat. Ach, ich glaube, das Spiel dachte gerade, wir wären getaucht und die Luft erholt sich wieder, wenn wir hochkommen. Wir haben es, glaube ich, gerade ein bisschen verarscht. Das ist ja auch witzig. Fiep. Nein. Diese Steuerung, sie wird mich irgendwann noch umbringen. So, jetzt aber. So, Nessie, wo führst du uns denn jetzt hier hin? Ich sehe nämlich gerade nichts. Ach, gut. Komm mal hier lang, Kleine. Nein, nicht so weit. Gut, du willst da rum. Dann gehen wir halt da rum. Ähm, ja. Läuft jetzt nicht so gut, ne? Komm, Nessie, gib mal ein bisschen Hackengas. Ich wollte eigentlich heute noch ankommen. Okay, so wird das nichts. Nein, bitte nicht wieder runterfallen. So. Hm, ich habe es mir fast gedacht. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt versucht habe. Und gleich sind wir wieder ganz weit weg von der Tür. Immer wenn es schnell gehen muss, dann ist man eigentlich besonders langsam und verkackt das besonders toll. So wie jetzt zum Beispiel wieder. Aber das ist ja völlig normal. Das kennen ja sicher einige von euch auch. So, Nessie. Jetzt schwing deinen Puppe mal bitte ganz schnell hier rüber. Danke sehr. Und dann bitte nur noch geradeaus. Endlich, nach 10.000 Jahren haben wir es dann doch mal geschafft. Es passieren noch Wunder. Achso. Achso, ich, äh, kurz Wische speichern. Sehr gut. Wieso haben wir eigentlich noch keine Münzen? Wieso haben wir unsere Münzen alle verloren? Wir haben doch schon die Spinne getötet und so. Oh Mann, ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja ärgerlich. Wir dürfen da nicht hin. Nein, wir dürfen da nicht hin. Nein, wir... Leckt mich doch. Aber das wundert mich wirklich, dass wir keine Münzen mehr haben. Diese Strömung ist echt so richtig nervig. So, ich wollte nämlich nur die Münzen haben eigentlich. Ich war gerade unfähig. Nein, geh nicht ins Wasser, Münze. Nein. Puh. So. Mal schnell hier alle roten Münzen holen. So, die haben wir auch noch schnell abgegriffen. Sehr gut. Huch, da lebt hier immer noch einer. Lass Mario in Ruhe. Lass ihn einfach in Ruhe. Nein. Komm schon. So, hier ist das Leben schnell geholt. Nein. Ach Mann. Meine Geduld hat doch auch ihre Krämpfe. Was soll denn das? Es ist unfassbar mit dieser Steuerung, wie schwer es einfach manchmal ist, obwohl es so einfach aussieht. Aber ich bin wahrscheinlich auch einfach zu unvorsichtig ist. Oder es liegt an dieser blöden Kameraperspektive. Ne, die macht es noch schlimmer. Aber der Stern kommt da unten hin. Aber der Stern kommt da unten hin. Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Er ist auch schon grau, so nach dem Motto, dass wir ihn schon haben. Also mein Spiel wirkt irgendwie so ein bisschen verbuggt. Das ist nicht gut. Aber ich sammle ihn mal nochmal ein. Oder gibt es zwei mal acht rote Münzen im Spiel? Das kann ja auch sein, weil es wäre ja schon ein bisschen zu einfach, wenn die alle an einem Ort wären. Ja, dann haben wir jetzt leider die Aufgabe nochmal gemacht. Die Folge wurde jetzt ein bisschen länger dadurch. Und ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Ja. Und ich hoffe, dass es das nächste Mal besser läuft. Wir gucken dann einfach mal, ob es noch andere acht rote Münzen gibt. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.